Wir hatten ja gerade über die Antideutschen geredet, aber es gibt noch eine andere Gruppe, die in die Wikipedia ja ihre Ideologie mit einbringt. Und das sind die Skeptiker. Über die hattest du ja im Film Zensur, die Manipulation der Wikipedia, schon etwas ausführlicher geredet. Wer sind die Skeptiker und was machen die? Genau. Ja, die Skeptiker sind eine Gruppe, die auch Dogmatiker sind. Die sind auch als Dogmatiker in der Wikipedia unterwegs. Sie verstehen sich selber als religionsablehnend, sind Materialisten, so wie sie sagen und deuten die Welt halt auf rein mechanistische, materialistische Weise. Das kann man machen. Es gibt bei den Skeptikern so haufenweise Sachen, die wirklich spooky sind, wo man sagt, was ist denn das jetzt? Zum Beispiel haben sie Leute in den eigenen Reihen, die Satanismus ganz toll finden. Also ich meine, Religion lehnen sie ab, aber Satanismus finden sie toll. Was ist da los? Dann haben wir festgestellt, dass da einige doch sehr schräg drauf sind. Zum Beispiel verharmlosen sie Kindesmissbrauch. Vor allen Dingen behaupten sie, dass es keinen rituellen Kindesmissbrauch geben würde. Bis dahin ging das zu so etwas behauptet, wie solche Snuff-Filme gäbe es nicht. Also Snuff-Filme für die Leute, die das nicht kennen, ist auch ein sehr unappetitliches Thema, womit man sich eigentlich nicht beschäftigen möchte. Also da geht es darum, dass Opfer zu Tode gequält werden, kindliche Opfer zu Tode gequält werden, Leute dafür sogar viel Geld bezahlen, damit sie die Kinder zu Tode quälen dürfen. So ein Fall ist mit dem, der hieß glaube ich Peter Scully, ist in Australien und mit den Philippinen vor Gericht gewesen. Da gibt es gerichtsfeste Akten dazu, dass der so ein ganzes Netzwerk gehabt hat, also dass diese Videos in Umlauf gebracht werden. Und Vertreter der Skeptiker sagen, nö, das gibt es ja alles gar nicht. Es gibt keinen rituellen Kindesmissbrauch. Wobei man dazu sagen muss, dass dieser rituelle Kindesmissbrauch, dann geht es also nach meinem Dafürhalten, das ganze Rituelle, das ist nur Brim Bam Burium außen rum herum. Es geht darum, dass da ziemlich dunkle Geister ihre Perversion ausleben wollen und Leute quälen wollen. Es geht also primär ums Leute quälen, nicht um irgendwelche religiösen Hintergründe dabei. Gut, also diese seltsame Gruppierung hat also auch Leute in der Wikipedia. Und in der Wikipedia schreiben sie alle möglichen Artikel um, die halt ihrem Weltbild nicht zu Passe kommen. Was noch auffällig ist, ist, dass in der Wikipedia besonders Artikel in dem Bereich Pharmaindustrie umgeschrieben werden. Das heißt also, jetzt könnte man sagen, wieso? Pharmaindustrie ist doch alles wissenschaftlich. Wenn jetzt ja jemand irgendwas zu einem Medikament reinschreibt, ist doch rein wissenschaftlich. Nein, da geht es um Geld. Und wo es um viel Geld gibt, gibt es auch Interessen, dass man die öffentliche Meinung in eine ganz bestimmte Richtung lenkt. Also zum Beispiel, dass man der Öffentlichkeit weismacht, dass das Medikament X doch vollkommen nebenwirkungsfrei wäre und dass es eine tolle Wirkung geben würde oder Impfung Y wäre auch vollkommen nebenwirkungsfrei, gibt gar keine Todesopfer und stattdessen gibt es nur positive Wirkung. Genau sowas wird da eingetragen. Da gibt es wiederum eine ganze Menge Protagonisten, die da unterwegs sind. Und ich glaube, der eine Protagonist, ich muss mal gucken, der hieß, glaube ich, JMB 1982, den haben wir der Skeptikerbewegung sicher zugeordnet. Der hieß, glaube ich, im normalen Leben Jens M. Bollm war das. Aus dem Bereich Hannover kam der. Dann gibt es jemanden, zum Beispiel einen Julius Senegal. Der ist auch in dieser Richtung mit unterwegs. Der schreibt gezielt ganz, ganz viele Artikel mit dem Bezug zur Pharmazie und im Zweifelsfall zu Chemie noch mit um. Also der ist sehr aktiv in diesem Bereich. Ja, und wie gesagt, die Skeptiker arbeiten auch daran, dass zum Beispiel ein Daniele Ganser auch runtergeputzt wird, weil es da auch irgendwie einen Anklang und einen Bezug gibt zu diesen transatlantischen Themen. Also das sind jetzt keine voneinander komplett getrennten Lager, also diese Transatlantifa und dann die Skeptiker, sondern das sind so Lager mit einer großen Schnittmenge. Man ist also nicht entweder oder bei den Skeptikern oder dann bei den Transatlantifa-Typen, sondern das kann sich auch deutlich überschneiden. Ja, und diese beiden Gruppierungen sind erstmal die, die wir herausgearbeitet haben, von denen wir sagen, das sind die Gruppen, die halt die Wikipedia im Wesentlichen beeinflussen. Das heißt nicht, dass es da noch andere Gruppen gibt. Die haben aber bisher jetzt also als solche Gruppe nicht ausgemacht. Wenn da was kommt, wenn wir sehen, oh, da gibt es so einen Fingerabdruck, der sich immer wiederholt, dann veröffentlichen wir das. Das Wikipedia-Problem ist kein Problem, was sich auf Deutschland beschränkt, sondern es ist ein internationales Problem. Das heißt also, diese gezielte Manipulation der Wikipedia in eine ganz bestimmte Richtung gibt es auch in England, gibt es in der französischen Wikipedia und zum Beispiel eine Helen Benisky, eine investigative Reporterin aus den USA, die hat das für die amerikanische Wikipedia und für den ganzen englischen Bereich hervorragend rausgearbeitet. Und sie hat dann sogar gefunden, dass dann wirklich Leute bezahlt werden. Also das sind also Leute, die geheimdienstlich angebunden sind und die dann ganz gezielt bestimmte Seiten manipulieren. Zum Beispiel hat sich festgestellt, dass also ein Präsidentschaftskandidat Trump maximal heruntergeputzt wird und andere Artikel, die halt von den Demokraten waren, da sandte sie das sanitized. Also die waren klinisch rein, diese Artikel. Genau das Gleiche beobachten wir hier in Deutschland auch. Das heißt also, bestimmte politische Artikel von den Regierungsparteien sind klinisch rein. Da steht kein Sterbenswörtchen drin über irgendwelche komischen Sachen, obwohl es da vielleicht sehr viel zu berichten gäbe. Und die Parteien, die halt nicht Regierungspartei sind, da wird dann halt eingetragen, alle möglichen kleinen Sachen. Wie ich schon mal angedeutet habe, also wenn man eine große Gruppe hat, da wird man immer den einen oder anderen finden, der halt ein bisschen schräg drauf ist. Und diese Einzelfälle werden dann aber als Gesamtbild verkauft. Das heißt also, ich sage, der eine schrägt aber hier über die Stränge. Und dann erzeuge ich den Eindruck, dass aber alle in dieser Partei, alle in dieser Gruppe so sind. Das ist also eines der wesentlichen Merkmale, in der Wikipedia, wie gearbeitet wird. Ich nehme Einzelfälle und verallgemeinere das auf die Gesamtgruppe. So funktioniert Diskreditieren in der Wikipedia.